Ladies and Gentlemen! Willkommen zurück! Neues Video! Was ist passiert hier? Alle sind fast so gut wie ich. Ich bin wieder da. Heute ist es tatsächlich so, dass wir anschließend an das letzte Video jetzt zu Lasse fahren und dann werden wir tatsächlich den Haul aufnehmen, damit ihr auch einfach eine Vorstellung davon bekommt, wie gut das Umstyling geworden ist bzw. wie gut die Sachen geworden sind, die ich für Lasse rausgesucht habe. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß! Hi! So sitze ich die ganze Zeit hinter der Cam und filmen lasse. Es ist wirklich schön. Jetzt kommen wir tatsächlich zu dem einzigen Piece, wo ich an dem Tag versagt habe. Jawoll! Also ne, das ist halt einfach wirklich nicht so toll geworden. Ich finde es gut. Ja, schade. So, Freunde. Schön, dass ihr heute dabei seid, wenn wir ins Gym gehen. Das ist wirklich ein Traum. Wir werden euch heute mitnehmen und euch zeigen, wie wir trainieren. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Kuss! Naja, das hat's hingekriegt, seinen Finger hier zwischen. aber hier zwischendurch zu packen, während ich das Set gemacht habe, seinen Finger eingeklemmt. Der schlaue Titel. Was ist das Problem? Das sieht gut aus. Ja, du bist so krass. Was geht denn ab, meine Freunde? Na, seid ihr heute dabei, wie wir trainieren? Ist doch schön. So, fertig mit dem Gym. Lär ist permanent am rumholen wegen seinem Finger. Es ist ihm so ein kleines 1,25kg. Gewicht auf dem Finger. Also ganz kurz. Lasse hat absichtlich das Gewicht auf meinen Finger fallen gelassen und der Finger ist ab. Also ihr könnt euch das wirklich nicht vorstellen, der Finger. Man sieht gar nichts. Der Finger ist ab. Also ich habe jetzt keinen Mittelfinger mehr, ich kann tatsächlich keine Mittelfinger mehr zeigen. Ja, das Schmerzensgeld von Lasse schmeckt aber. Wir haben uns das angeguckt, man sieht ganz kleine, zwei ganz kleine rote Punkte. Lennart sagt, das sind innere Blutungen. Ich bin mir unsicher, ich glaube, er lässt es ein bisschen übertreiben. Okay, tschüss, bis später.